noch was haben erst mal alien da kommt das jetzt oder kommt das jetzt nicht sucht immer noch seine schlüssel ich kann ihn aber leider nicht helfen die die schlüssel zu finden mir hat die tür aufgemacht ja aber er sucht sein keks oder so es nicht so gut sein frühstück da ist er und ein gelegter nein wie kommen wir denn zu 23 wir schaffen es ja nicht mal irgendwie ja dann kann das nicht oder kommt da habe ich mich jetzt schocken ich dachte erst nicht ja hier gibt es sowieso nicht lang ja luftschicht das ist ja die einzige möglichkeit na ich habe jetzt gar nicht geachtet ob da noch bodenplatten sind die wir nutzen können habe ich jetzt gleich geguckt na weiß jetzt gar nicht ob ich gehen soll das ist wie so schnell es macht es wird nur langsam war es ein bisschen halte ursaft trinkt oder sowas das gesehen heftig das ist klar ich gehe noch mal zurück ihr habt doch ein film wird aufgezeichnet ihr könnt doch mal gucken wird doch alles aufgezeichnet ihr müsst ein bisschen zurück spulen dann seht ihr das nicht schon wieder ich habe doch zurückgezogen er hat ich glaube einfach jetzt tue ich wie bei den androiden auch hier aber durch routine wahnsinn wahnsinn und wir spielen hier auf normal für gar nicht auf und unglaublich und sterblich und möglich spielen möglich spielen na was machst du kommt auf jeden fall hier vorbei das weiß ich ja genau ich gucke selbst wegen stream ja 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 ich guck jetzt mal selbst auf meinen eigenen stream ey muss doch gespeichert sein dann fummel ich mich da durch werbung ich weiß jetzt nur nicht wenn er mich von hinten erwischt dann erwischt er mich vorhanden dann habt ihr wieder so eine animation karte mitnehmen und ich habe angst jetzt mal glaube ich hier rein ach du scheiße das was hier nicht schätze ich finde es nicht egal was sind wir denn jetzt ich habe mich wie ich auch wie ich zu 23 kommen ach gucke mal 29 war es fast 29 merkt euch das bei den nächsten kill jetzt müssen wir wieder zurück um gottes willen wie solchen das denn schaffen wahrscheinlich unten lang durch die scheiß tunnel und dann rüber die kamera verfolgt mich die ganze zeit ich werde verfolgt die musik wird lauter das heißt das ist alien in der nähe steht wahrscheinlich links von und die musik wird lauter die musik wird lauter die musik wird lauter ja geil warte mal das ist ja den neufelkartungskasten ist doch hier sein wenn ich hier raus hier neu verkabelskasten wo bist du da checken wir den mal auf luftreinigungs aus alarm system mache ich an aber ich könnte es auch daran machen aber tür ist aktiv luft scheiße alarm system an und weg mit dir müsste er müsste da hinten sein ganz schnell gucken wenn wir hier drüber gehen ich würde ja auch gerne diesen terminal hier anklicken aber da haut mich gleich von hinten lesen ist da nichts also würde ich dann einfach hier mal durchs wollen dann später auf pause und so kann man sich das natürlich dann durchlesen fertig hier haben wir noch was hier muss ich das ding hacken kenne ich dann machen hecken 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 da was das erste ist bang bang angst ich höre geräusche alter falter das ist doch nicht normal wie ist denn jetzt da hinten ich kenne leute jetzt läuft er natürlich in die richtung die wir sagen nicht haben wollen aber wir haben hier wieder so einen kasten die tür zu sieht sind ja alle so ruhig sonst fühle ich mich hier ganz allein ich weiß nicht ob ich raus gehen soll um diesen kabel wieder überbrücken soll für alarm hat er habe überhaupt nicht geklappt hier was tut denn der da das ist gefährlich raus zu gehen ist echt gefährlich genau hinter mir und die holt schon rum wie kommt das denn zustande um gottes willen was waren das denn das ist nicht euer ernst ich habe nicht mal irgendwas zum drücken gekriegt er hat mich einfach hier von hinten habe ich was gehört gestalten ich habe nie das ist nicht ein bisschen die wir geben den ihren einen namen oder habt ihr namensbeschläge noch besser namens vorschläge für den alien ja nein vielleicht aber der kann auch ganz schnell er ist genau vor der tue er ist genau vor der tue ach komm ich habe sie schon sternchen gegen die scheiß verdammten luft anhalten hier der steht doch noch da oder er hat mich nicht rausgezerrt aber es kann ja noch passieren da steht hier immer noch ich glaube es nicht nein nein ich habe es nicht das alien ist immer noch hier durch den lüftungsschacht gegangen oder was ich habe dich fast zu tode erwürgt selber